So, tja, dann, äh, 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 wir haben jetzt sieben Glutzonen, okay. Hm, vier Prüfungen fehlen noch. Gut. Das mal aktivieren. Oh, schade, Banditenlage ist leider auch zu Ende. Oh. Okay. Ähm, na schön, das hätten wir noch. Was war denn da? Äh, keine Ahnung. Egal, jetzt ist es mal da, verderbte Zonen am Fräumen, die letzte und die Sägerprüfung da. Dann haben wir alles. So, wir sind hier verdorben. Was ist denn das hier? Okay. Äh, warte mal. So, welche Richtung ist denn das? Dat oder die Band, okay. Ah, ist auch schon lange her, wo wir hier waren, in diesem Dschungel. Hm. Tja, ja, okay, wir brauchen hier das da. Heilung, 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 Heilung. So. Noch mehr Heilung, schön. Ne, das ist keine Heilung, das ist Bullshit. Bullshit-Pflanze. So, schon besser. Ne, das brauche ich auch wieder. Das kann ich immer gebrauchen. So. Okay. Äh, Fische. Nice. Hat nix, okay. Hat auch nix, na toll. Du hast. Schön, komm her. So, gib das her. Dankeschön. Okay, äh, dann geh ich mal da hin. Na los. Ne, spring, Eloi. Hui, okay. Ja, wenn sie mal springt, dann richtig. Okay. So. Ist nur normales. Toll. Hm. Okay. Ah, das war so ein Vieh, okay. Was haben wir denn da? Wächter. Ach so, okay. Hm. Noch ein Wächter. Was bist du? Waschbär. Ah, Waschbär, die brauche ich auch noch. Komm her. Du, waschi Waschbär, komm her. Ah, verdammt. Da hatte ich mal ein Waschbär und dann droppt er nicht das, was ich brauche. Ist ja immer so. Hm. Keine Fische mehr. Okay. So. Da ist ein Fisch. Komm her. Wo bist du? Wo bist du? Verdammt. So, ja, wisst. So, du hast nichts. Ach, da ist die Zone, okay. Da sehe ich es schon. Hm. Die letzte Zone. So, warte mal. Ah, Pierscher, okay. Hier ist ein Pierscher. Habe eine Uhr gesehen. Wir machen da so einen Lärm. Hm. Flinderer, okay. Ich glaube, hier ist ein Pierscher. Ja, da sehe ich schon einen. Da. Zwei Stück mal. Ist da direkt einer vor uns. Das hört sich gerade so nah an. Hm. Okay, ich glaube, hier sind drei Pierscher. Jedenfalls sind ja wohl nur Pierscher, okay. Okay. Dann stimmte eins, eins. Zwei. Zwei sehe ich schon mal. Einer ist da und einer ist da in der Klippe. Okay, war das jetzt in der dritte? Nein, egal. Ähm. Also hier die Stärke, äh, die Schwäche. Ich glaube, ähm, Schock, oder? Pierscher. Schwäche, Schock, genau. Okay. Dann zuerst einmal. Standfeuerrichtung vernichten. Gut. Dann kommt hier Schock. So, Schock. Ist schockierend. Hm. Okay. Hm. Das sind ganz schön viele. Okay. Greifen die den an? Ach, das ist ja interessant. Wir greifen den an. Oder machen die das? Ja, machen die. Cool. Hm. Können die hier ja mitmachen. So. Okay. Hm. So, nimm das. Hm. Die hauen ab. Haben Schiss. Hm. Okay. Okay. Tschau. Okay. Da ist noch einer. Mit Tarnfeuerrichtung. Das gefällt mir nicht. Mach das mal weg. So. Nutsch. Nutsch. Ja, jetzt geh ich lieber nicht hin. So. Autsch. So. So. Schöner Schaden. Was ist noch hinter mir? Ha. Ne, ich hab lieber nicht an. Moment. Schock. So, komm her. Gut. Zeig mal schnell das. So. Okay. Und. Tschüss. So. Eines mal weg. Ja, ja, ist ja gut. Bereit dich. Okay. Nicht schlecht. Nein, nimm das. Dankeschön. So, wo sind jetzt die anderen? Ah, nicht letztes Mal. Was machen die denn so weit da hinten? Hm. Ja, wow. Okay, die haben Schiss. Als Maul. So, das ist meine Beute hier. Geh weg. Hm. Das ist meine Beute. Lass den Mist. Geh weg. So. Schön einsammeln, bevor noch mehr kommen. So. Ich hab Hülze. Nice. Oh. Kommst du? Schön. Hehehe. Und. Tschüss. So, weg. Okay. Äh, warte. So. Gut. Ha. Und. Und. Kritischer Treffer. Boah. Noch einer weg. Gott. Jetzt kannst du herkommen. Na los. Kritischer Treffer. 10%. Ja, nö. Warte, lass ich mal. So. Okay. Gut, da muss ich nächstes Mal wieder Modifikation verkaufen. Hm. Immer leise. 8%. Ja, nö. Hm. 10% Schadenspule. Ja, nö. Alles nicht gut genug. Für den feinen Herr. So. Schön. So. Talalala. Hm. Okay. Bleib doch hier. Ich will spielen. So. Oh, ein Sturmvogel. Los, komm her. Ja. Mhm. Und. Hm. So. Und das. So. Autsch. Ja, ist ja gut. So, beruhigt dich. Schön. Alle Zonen aufgeräumt. Nice. Was hast du? Oh. Okay, das ist wertvoll. Da muss ich was wegschmeißen. Was nehmen denn? Was nehmen wir? Was nehmen wir? 6% Feuer. Tö. Bullshit. Nice. Nice. Okay, wir haben noch alle Zonen. Schön. Schön, schön. So. Noch etwas von der Liste gestrichen. Da. Das heißt, wir kommen dem Ende immer mehr entgegen. So langsam. Hört. Hat auch lang genug gedauert. So. Okay. Hm. Gut. Dann kommt jetzt, äh, die Prüfung da. Das ist aber weit weg. Egal. Kann ich unterwegs ein bisschen Heilung einsammeln. Ist auch gut. Du, 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 Wildschwein. Hm. Wildschwein, komm her. Ich brauche wieder was für Obelis. So. Gib her. Schön. Hm. Interessanter Dschungel. Ob ich selbst würde da jetzt nicht hinlaufen wollen. Moment, was war da? Ist das ein Fuchs? Hm. Was ist los? Ach. Wildschwein. Schön. Cool. Schon drei Wildschweine. Nice. So. Okay. Was haben wir denn hier für Prüfungen? Gut, ist noch ein weiter Weg da. Ich lese das noch nicht auf. Hm. Hoffentlich ist alles so anstrengend. So. Hab gerade wieder gute Laune für die Jägerprüfungen. Weil das letztens so gut lief. Hm. Du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du-du. Das ist ein Wildschwein. Wildschwein! So. Schön. Gut. Noch mehr. Ja, das wird wieder ein schönes Abendessen. Da freue ich mich. Hm. Okay, sind bald da. Aber wir sehen noch keine Maschinen. Hm. Was könnte hier sein? Pierscher? Ich glaube, da hatten wir auch noch nichts. Okay, was haben wir hier? Wir sind da. Pierscher, okay, habe ich mir gedacht. Was macht denn der da? Okay, Wächter, okay, wir haben Pierscher. Das heißt, wir haben was mit Pierscher zu tun. Panzerwanderer, okay, mit dem wohl auch. Okay, Panzerwanderer und Pierscher. Ah, das wird dann Spaß. Äh, shit. Hm. Gut, beim Panzerwanderer schätze ich mal dieses Ding runterschießen. Vielleicht. Und Pierscher. Vielleicht aufspüren und erledigen. Wie komme ich da hoch? Ah, hier, okay. Ah, okay, das könnte nervig werden. Hm. Na ja, jetzt mal speichern. Versenden. So, Handlog, komm mal her. Muss ich mal, äh... Ah, hier, verkaufen, so. Modifikation verkaufen. Das kann weg. 11% eins. Da habe ich mehr. Die Grünen können mal weg. So. So. 12%. Okay. 14% kann weg. Hm. Oho. So viel Feuerschutz. Müssen wir mal nachschauen, was ich da jetzt alles verwenden kann. Wenn es schon so viel ist. Hm. Ja, das kann ich nachher mal tun. Oh. Gut, ich lasse mal. Gut. Also, es ist schon erledigt. Dann nochmal speichern. Okay, was haben wir hier für Prüfungen? Tarnprüfungen? Was für Tarnprüfungen? Okay. Schauen wir uns schon mal, äh, professioneller zu sein als der letzte. Okay. Du musst mich hören. Wollen wir uns schreien. Und endlich, um die Art der Steilung zu machen. Okay. Nicht immer missen, du weißt, sprechen. Nicht im Moment, nein. Hm. Okay, interessant. Und was ist die Jägerlose? Ich habe immer noch keinen Plan. Was ist die Hunterslodge? Es steht in Meridian. Ach. Es gibt die Gemeinschaften für Hunters, die es benötigen. Aber ich habe das übersehen. Habt ihr ein Mitglied? Nein. Ich bin nur ein Fledgerlose. Ich mag die Musik des Wildes über die Kacophonie von Schwaggingen. Hm. Du hast bereits die Marken, die du brauchst, um die Lodge zu entkommen. Ach, wirklich? Ich hoffe, die Klammer hat dir besser, als es mir gemacht hat. Ja, dann sollte ich mal beitreten, wenn ich das kann. Was sind die Tests? Tests, um deine Hunterslöhre zu verbessern. Each Huntersgrunde offert unique Tests, um deine Tests zu testen. Nein, wirklich. Ich offerte die Stolz-Tests. Some believe, charging in with a mighty weapon makes them a Hunter. But it's a good way to fall under the hooves of a stampede. Hm. Soll das heißen, wir sollen hier durch die Gegend schleichen, oder wie? Choose one. I can then explain it to you. Was haben wir denn da? Aufmerksamkeitsprüfung. Oh, geil. Kissengeschick. Pierschokill. Okay, Pierschotöten. Kissengeschick. Könnten die Kissen der Panzerwanderer gemeint sein. Und die Aufmerksamkeitsprüfung. Oh, ist eine Tarnung. Okay, das wird da hier sein. Okay. Wie viele denn? Spüren Wert auf und erledigen sie lautlos. Gut, da muss ich auch nur treffen. Das ist halt das Problem. Oh, ist eine Tarnung heraus. Okay, da ist einer. Warte mal. So, ich markiere die mal. Pierscher. Hm. Da ist noch ein Wächter. Okay. Da ist noch einer hier. Wie viele Wächter sind denn hier? Da ist noch einer. Okay, drei Wächter. Also noch ein Vierter. Okay. Gut. Hm, hm. Na schön, dreißen Tier. Panzerwanderer. Okay. Gut, da wäre Tarnung. Okay, wir landen direkt auf Tarnung. Das ist gut. So, doch mal schauen. Vier Wächter erledigen. Zwei Minuten. Okay. Lautlos erledigen. Verdammt. Komm, ja. Hm. Na, das war nicht lautlos. Verdammt. Ja, ganz ruhig. Oh, shit. Jetzt sind aber viele wach hier. Das ist nicht gut. Das war wohl schon mal ein Fail. Und ich hab's nicht laut. Gut. Das können wir gleich noch mal machen. Das können wir gleich noch mal machen. So, schnell da hoch. Schnell. Schnell hoch. Das können wir noch mal machen. So, da sind wir los. Okay, noch mal. Hm. Nee, abbrechen. Okay. Nochmal. Hm. Ist ja nicht so toll gewesen. Okay, noch einmal. Das krieg ich hin. Das muss noch klappen. So, jetzt noch mal anzeigen. Wo sind denn hier Rassenwächter? Muss alle vier töten. Na schön. Nein, da bist du es nicht. Da bist du es auch nicht. Okay, so viele Panzerwanderer. Wo sind denn hier die restlichen Mann? Die restlichen Mann. Da läuft einer rum. Okay, drei habe ich schon. Wo ist denn der vierte? Da bist du. Okay. No, ich hoffe, sieh. So. Hm, 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 hm. Hey. Hey. Okay, ich glaube, ich muss getarnt sein. Getarnt muss ich die töten. Aber willst du mich verarschen? Wie soll ich das denn machen, wenn der hier rumläuft? Hä? Okay, warte mal. Da ist eine Pflanze. Da oben. Wo sind hier noch Pflanzen? Hier. Kann ich hier auch runterrutschen? Da sind Pflanzen. Na was, aber das wird nicht gesagt. Lautlos töten. Ich habe ihn lautlos getötet. Er wurde nicht aufmerksam, aber es zählt ja nur das hier. So muss ich die töten. Bei dem mal ausprobieren. Bei dem da ausprobieren. Dann halt zu dir. Wahrscheinlich so, schätze ich mal. Sonst hätte ich keine Ahnung, wie. Was der will. Gut, dann muss ich es halt so tun. Na los. Okay, diese Prüfung ist ein Scheiß. Weißt du das? Und das ist auch falsch erklärt. Das ist auch eine Scheißprüfung von dir. Ja, halt's Maul. Das ist eine Scheißprüfung. Die wurde scheiße erklärt. So. Dann halt noch einmal. Wo bist du? Ne, da ist der. Komm, Wächter da. Komm, setz mal. Dankeschön. Piazza ist unterwegs. Na toll. Boah, bist denn du? Nicht den Piazscher wie den Wächter da. Mann, Scheiß. So langsam fällig wieder die Lust hier auf die Jägerprüfungen. Ganz ehrlich. Wenn das so weitergeht. Okay, neuer Versuch. Warte, dann verlierst du schon fünf Sekunden, bevor ich jetzt mal da ankomme. Was ist das denn? Ja, ja, schnauze. Shit. Hä? Boah, weil ich entdeckt wurde, oder wie? Okay, ne, warte, ich habe eine neue Idee. Also toll. Ich habe eine neue Idee. Warte mal. Ist etwa das hier gemeint? Ja, leg mich da. Willst du mich verarschen, Spiel? Das wurde ja extrem scheiße erklärt. Okay, lautloser Schlag. Nur das zählt. Wow. Wow. Okay, ich habe jetzt schon keine Lust mehr auf die Prüfungen hier. Was für ein Bullshit. Das ist echt ziemlicher Bullshit. Weißt du das? Aber auch nur, weil es so scheiße erklärt wurde. Okay. Okay, lautloser Schlag. Da ist noch ein Wächter. Wächter. Ich will Wächter. Komm schon, Fokus. Hallo. Dankeschön. Soll ich jetzt alle? 1, 2, 3, 4. Okay. Ja, was für ein Scheiß. Ernsthaft. Der dreht doch gleich rum, oder? Nummer 1. Hätte fast das Hals schon gedrückt. Ton Nummer 2 ist ganz da drüben. Ernsthaft. Bist du auch ein Wächter? Ah, gut. Komm her. So, Nummer 2. Steht schnell weg. So. Gut, ich habe noch eine Minute. Mist. Ah, doch noch gezählt. Okay. Cool. Gut, hier ist niemand mehr. Du musst jetzt schnell zur anderen Seite. Wo ist denn hier der Nächste? Verdammt. Da drüben. Schnell. Baum. Verdammter Mist. Ich habe keine Zeit für diesen Scheiß. Warum muss das Gebiet auch so weit sein? Verdammter Mist. Ich brauche mich zu entdecken. Shit. Mir läuft die Zeit davon. Wo ist denn der Wächter? Das kann man vergessen. Ich habe verloren. Ja, komm. Halt es mal. Gott, diese Prüfung. Was ist das denn? War ich hier? Nein, ich habe jetzt schon keine Lust mehr. Noch ein letzter Versuch. Spüre Wächter auf und erledige sie lautlos. Hohohoho. Wo muss das Gebiet auch so weit weg sein? Da ist ein Wächter. Da ist ein Wächter. Hm. Dann zum Wanderer. Wächter. Das ist ein Piercher. Ja, shit. So. Okay. Mach da mal los. Hm. Ja, toll. Ich glaube, da wurde der Birscher aufmerksam. Wenn ich hier schlage von oben. Gut. So. Genau. Jetzt aber schnell weiter. Nee, nicht du. Verdammt. So, na los, na los, na los, na los, na los, na los. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stiller Schlag. Gott. Das hätten wir. Da ist der andere, Nummer 3. Hm. Deine Business. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Komm, 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 plappier, 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 plappier nicht im Let's Play, das wäre zu nervig. Ich mache sie definitiv nicht im Let's Play, okay, scheiss drauf. Das war's mit den Egerprüfungen. Und das würde so uns, keine Ahnung, viel Folgen dauern, höchstens, bis ich die mal hätte, und dazu habe ich keine Lust. So, abbrechen, diesen Scheiss. Komm, mach schon, das Maul, los, weg. Nein, halt das Maul, ich will weg. Nein, ich komme nie wieder, bis vorbei. So, ich mache die dann mal offline, wenn ich die Platin-Trophäe haben will. So, Gott, war das nervig. So, gehen wir jetzt mal das, holen wir als Trost, diese Rüstung. Und dann, so, Bunker. Gut, dann hätten wir nur noch diesen Bunker da, die Rüstung holen, und dann die Hauptstory. Machen wir das jetzt als Trost. Diesen Panoramascheiss, da warte ich noch. Das könnte auch noch sein, dass da noch irgendwas hinführt. Funkenfängerring, okay. Das ist ja die andere Näger-Jägerprüfung. So. Okay. Ah, wieder Heilung, schön. Ist jetzt wieder fast voll. Gut. Ach, busche Pflanze, na toll. Egal, holen wir uns die Rüstung. Da werde ich mal gespannt. Aber ich glaube, die ist ein bisschen defekt, oder? Irgendwas war ja da noch nicht perfekt. Aber ich glaube, das war ja da noch nicht perfekt.